Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. So, weiter geht's mit der FIFA 18 Challenge. Oben links werdet ihr es sicherlich gleich sehen. Ja, da ist schon Dortmund gegen den FC Liverpool als nächstes. Wolfsburg, Frank Büschmann sitzen im Helikopter und fliegen übers Stadion. Gucken sich das an. Da kommen die Spieler, Marco Reus und Co. Hier die Choreo vom BVB. Hier die Aufstellung. Batshuayi, Sancho, Reus, Birkin Thor. Kagawa, Weigel, Jamulenko, Pesek, Sokrates, Akanji, Toprak. Warum die habe ich keinen vergessen? Nein, habe ich nicht. Würde ich sagen. Schauen wir uns mal die Liverpool-Ausstellung an. Ich glaube, das ist Roberto Firmino hier. Gucken wir doch einfach mal. Ja, Jürgen Klopp stellt die Elf auf. Karius neumtor, Wijnaldum. Mané, Salah, Milner, Henderson. Und so schnell ist das Bild auch wieder weg. Wir gehen rein, let's go. Ahtage. Pesek. Oh, mit Glück auf Jamulenko. Kagawa. Batshuayi. Auf Pesek. Oh, der kommt nicht auf Batshuayi von Jamulenko. Schade. Robertson. Macht lang auf Mané. Und den hat Weigl. Reus. Auf Sancho. Auf Kagawa. Sicher auf Pesek. Ja, Milnerko. Patshuayi. Reus. Zurück auf Weigl. Ja, Liverpool macht gut zu. Das muss man mal sagen. Steht richtig gut gerade. Oh, schön auf Kagawa. Klank. Schade. Salah. Über die rechte Seite. Und Salah ist durch. Die lassen Salah einfach durchkommen. Schön Topwack. Sancho. Batshuayi. Kagawa. Oh, kriegt den auf Pesek. Schön. Jamulenko. Batshuayi. Sicher auf Reus. Oh, die Fans macht Stimmung. Das ist Wahnsinn. Sancho. Auf Reus. Batshuayi. Ja, Milnerko. Batshuayi. Karius hält Ecke. In der zwanzigsten Spielminuteflanke. In der zwanzigsten Spielminuteflanke kommt, aber wird safe geklärt. Firmino auf Mane. Boah. Gut gemacht, Akanji. Ganz sicher geblockt. Batshuayi. Was war das denn? Was war das denn mit dem Hackentrick? Will er jetzt für Liverpool auflaufen oder was? Pesek. Jamulenko. Da oben. Ah, schade. Nicht gut auf Sancho. Firmino. Oh, Mane. Boah. Birki gut pariert. Und dann geht der Ball rüber. Dobrak. So gratis. Also großes Glück gehabt gerade. Kagawa. Jamulenko. Batshuayi. Jetzt war der Hackentrick auf Jamulenko super. Die Flanke war nicht schlecht. Aber ich glaube, das gibt Ecke. Jupp. Die gibt's auch. Reus führt aus. Aber erst, wenn jemand da ist. Und zwar Kagawa. Schlecht geschossen. Toprak. Auf Pesek. Schön. Und wir waren sicher zurück. Auf Birki. Hakanji. Wieder Birki. Toprak. Auf Pesek. Der weiter auf Jamulenko. Der. Der aber try. Kagawa. Ah, Missverständnis. Firmino. Ah, Wijnaldum. Schön so gratis. Zu Recht Applaus vom Publikum. Das war Mist. Aber Liverpool macht langsam Druck. Aber wir stehen defensiv noch gut. Beige. Jamulenko. Batshuay. Sieht einen Jamulenko mitlaufen. Selbst dieser Hackentrick war Mist. Das war 1 zu 1 original die Kopie von Batshuay. Nicht gut. Mohamed Salah. Über die rechte Seite. Firmino. Wieder auf Salah. Oh. Aufpassen. Boah. Schlagel kommt gut. Verteidig. Halbzeit. Würde ich mal sagen. So, Anpfiff zur zweiten Hälfte. Mal ein bisschen den Sound gerade im Hintergrund noch angepasst. Ich glaube, das war ein bisschen zu laut noch gewesen. Jetzt müsste es funktionieren. Da war nämlich noch ein kleines Fehlhaft. So, aber anyway. Mönch. Auf Firmino. Boah. Vernascht die zwei Dortmunder. Liga. Mohamed Salah. Was ist ein großes Glück? Akanji. Auf Jain Sancho. Boah. Nicht gut auf Mächi. Batshuay. Das kann man besser. Gerade für BVB-Verhältnisse. Schön. Lukas Piszczek. Das war schlecht. Ich glaube, ja, Mulenko war es gewesen. Habt ihr jetzt leider nicht auf den Namen geachtet. Firmino. Oh, schön, Sokratis. Nicht schön, Sokratis. Wieder Firmino. Birki. Auf Akanji. Weiter auf Sancho. Weiter auf Reus. Auf Batshuayi. Könnte Abzeit sein. Ist es auch? Schade. Lobbo nimmt den ersten Wechsel vor. Milner geht unter. Und ich denke mal, ja, Emre Can zu dem Zeitpunkt. Hab ich doch richtig erkannt. Da hatten sie noch einen Emre Can gehabt. Das war schlecht, der Pass. Emre Can. Oh, schön, Sokratis. Oh, ganz gefährlich. Oh, Toppack. Richtig. Ich bringe Castro für Sancho. Ecke Liverpool. Mohamed Salah darf ausführen. Oh, immer gut verteidigt. Castro, schön. Reus. Der weiß nicht, wohin. Akanji. Gegen zwei Liverpooler. Ah, der kommt nicht auf Castro. Twente, Alexander, Arnold auf Henderson. Schön, Weigel. Oh, Toppack. Schön. Ein relativ ausgeglichenes Spiel. Liverpool versucht mehr. Wir machen irgendwie gefühlt mehr Fehlpässe. Das war schon wieder Mist. Stehen defensiv bisher noch. Aber ich denke mal, wenn Liverpool so weitermacht wie jetzt mit Reinhardt um, da wollte ich es gerade sagen, dann geht er auch rein. So, Akanji runter, Schmelzer rein. 1-0 Liverpool. Da wollte ich es gerade sagen. Wenn die so weitermachen, geht es rein. Ja. Und da ist es auch passiert. Okay, weiter mal weiter. Es ist erst die 70. Minute. Es sind noch 20 Minuten drin. Schmelzer. Weigel. Reus. Kakawa. Batshuayi. Jetzt vielleicht. Ah, nee. Das war nix. Henderson. Mann, nee. Henderson. Oh, da passt Toppack gut auf. Oh, Birki. Toppack. Nicht hinten wackeln. So. Lukas Pesek. Der kommt nicht durch. Schade. Aber der kommt durch. Mann, nee. Steckt auf Firmino. Oh, der ist gut. Mach nochmal. Oh. Legt den mit dem Hacken zurück. Und Firmino macht es. So. Philipp Filyamolenko. Ajo. Huf. Das war gut von Liverpool gespielt. Entschuldigung. 2-0 Liverpool. Ich glaube, wir werden nach Liverpool wechseln. Denn wie gesagt, sollten wir verlieren, spielen wir den Kontrahenten hier. Das heißt, danach Liverpool und Jürgen Klopp. Weigel gegen Wijnaldum. Jetzt Toppack gegen Salah. Toppack hat den. Fiszek, schön. Erstmal weg. Und der war nicht gut weggeschlagen. Ja, Liverpool jetzt gegen Ende doch nochmal stärker geworden. Aber das muss man echt mal sagen. Oh. Gut, Bürki. Und Klopp bringt den nächsten Wechsel. Virgil van Dijk geht runter. Wir haben nur zwei Schüsse. Liverpool hat das Vierfache. Wohohoho. Birki gut pariert. Klavan kam rein. Okay. Komm, Birki. Den hast du. Oh, den hat er nicht mal sicher. Alexander Arnold. Die Flanke kommt gut. Wohoho. Ja, okay. Freistoß für uns. 90. Spielminute. Wie viel Nachspielzeit gibt es? Drei Minuten. Und das reicht nicht mehr für zwei Tore. Das heißt, wir werden nach Liverpool und Jürgen Klopp gehen. Als nächstes. Castro. Auch Schmelzer. Kriegen wir noch einen Ehrentreffer? Zumindest. Batshuay. Batshuay. Oh, Gottes Willen. Ja, das war's. Am Ende war Liverpool stärker. Ansonsten ausgeklähtes Spiel. Kurz und schmerzlos. Nächste Station. Liverpool. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.